Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder am Start. Jetzt mit unserem lieben, netten Herrn und Gast, den Stefan Lindler von Salimony Melodyne. So ist es genau. Moin Moin erstmal hier. Moin, schön hier zu sein. Ja, freut mich sehr. Du hast heute was Besonderes mitgebracht. Ja, ich habe das aktuelle Melodyne dabei im neuen Cubase und da möchte ich einige von den zahlreichen Verbesserungen, die jetzt im Cubase 11 in Sachen ARA passiert sind, zeigen. ARA ist ja wahrscheinlich den meisten geläufig. Es ist eine bestimmte Erweiterung der üblichen Schnittstellen, um Programme wie Melodyne, aber auch andere eben gut einbinden zu können. Und da hat Steinberg ja mit Cubase 10 seinerzeit den ersten Schritt gemacht und jetzt mit Cubase 11 richtig nachgelegt. Und als Beispiel mache ich heute mal nicht Vocals. Viele Leute verbinden hier vor allen Dingen Vocals mit Melodyne, aber die Verbesserungen, über die ich heute zeigen will, die kann man auch sehr schön mit anderen Instrumenten zeigen. Ich habe ein paar Gitarren mitgebracht. Oh, ich bin gespannt. Okay, sehr cool. Man sieht auch schon tatsächlich hier direkt über den Chat und über YouTube auch dein Fenster. Das heißt, du kannst jetzt über loslegen und dann lege ich mal los. Also wir hören mal hier in den Song rein. Ihr hört da eine Gitarre. Die spielt da schön verträumt. Und hier unten seht ihr die Noten. Die spielt also die Songakkorde, schön mit begleitet den Song. Und gemacht ist diese Gitarre aus einem ganz kleinen Sample. Aus diesem hier. Lass mich das mal gerade ein bisschen größer zoomen. So, hier ist ein kleines Sample. Das war die Original-Gitarre. Hören wir mal rein. Nur mit Schlagzeug. Also ein Akkord, über zwei Takte gespielt. Und ich möchte jetzt mal zeigen, wie man da sehr schnell mit Cubase 11 den ganzen Song mit dieser Gitarre bestreiten kann. Ich bin gespannt. Das fängt schon damit an. Das haben wir gerade gehört, als ich es laufen gelassen habe. Zum Schlagzeug passt es vom Tempo nicht. Da gibt es ja in Cubase den Musical-Mode für. Ja, jetzt ist mein Bildschirm hier gerade. Mir fehlt da die entsprechende Zeile. Er ist so klein. Kein Problem. Wo ist das? Eine Info-Zeit, Status-Info? Wo ist es denn? Darf ich dir nebenbei eine Frage stellen? Ja, gerne. Der Quellenbeats fragt nämlich, ob du was zu den unterschiedlichen Versionen von Melodyne sagen kannst. Also wie man sich die holen kann. Ja, also es gibt vier verschiedene Versionen. Und was ich hier heute mit habe, ist die Studio-Version. Das ist die größte Version. Was ich zeige, könnte ich aber genauso mit der zweitgrößten, mit dem Melodyne-Editor machen, weil diese beiden Versionen, das sind die Versionen, die auch polyfone Audio-Bearbeitung machen können. Was wir eben schon gesehen haben bei der Gitarre, ihr habt ja gesehen, da klingen mehrere Noten gleichzeitig und die kann ich eben einzeln auch jetzt bearbeiten. Und mit den beiden kleineren Versionen, Essential und Assistant, da kann ich sozusagen nur das ganze Signal sehen. Also wenn ich einen Gitarren-Akkord da sehe, dann kann ich sagen, okay, den Akkord, den kann ich im Timing bearbeiten, aber ich kann nicht aus dem, sagen wir mal, A-Dur-Akkord, ein A-Moll machen oder sowas. Und man kann einsteigen, mit welcher Version auch immer. Man kann später Upgrades machen. Die Upgrade-Preise richten sich quasi an den Neupreisen, also man zahlt dann nur die Differenz. Ich sage mal so, wenn ihr jetzt vor allen Dingen Vocals machen wollt, dann braucht ihr also maximal die zweitkleinste Version, Melodyne Assistant, weil das ist das Professionellste, was du mit Vocals machen kannst. Und wenn du sagst, ich mache auch viel mit Samples, eben auch Gitarren oder sowas, dann wäre dann Melodyne Editor vielleicht die beste Wahl. Und wenn du alles machst oder auf alles vorbereitet sein willst, dann ist Melodyne Studio. Also so ist die Verteilung da. So, also ich versuche das jetzt mal kurz zu machen, dass ihr nur einen Eindruck kriegt. Es gibt dazu auch mit diesem Song-Material, hier gibt es auch Videos auf unserer Seite, dann könnt ihr das noch mal im Detail gucken. Aber was eben jetzt neu ist, dass der Musical-Mode, den kennt ihr schon aus Cubase, der ist ja klasse, um mal direkt ein Sample ins richtige Timing zu bringen. Ein Knopfdruck, schon spielt es richtig. Und jetzt kann ich eben auch, das ist neu in Cubase 11, Melodyne drauf machen. Das ist dank ARA auch ruckzuck. Das war schon immer so in Cubase oder seit Version 10 schon sowas, aber neu ist, es war leider so in Cubase 10, dass sich der Musical-Mode und das Melodyne noch ausgeschlossen haben gegenseitig. Das hatte Steinberg sozusagen in Version 10 noch nicht miteinander verknüpft. Jetzt haben sie es gemacht und deshalb kann ich also jetzt das Sample mit dem Musical-Mode Time-Stretchen und dann mit Melodyne weiter bearbeiten. Es ist sogar so, dass das Time-Stretching dann mit den Melodyne-Algorithmen erfolgt, was besonders gut klingt oder klingen sollte. Hören wir mal rein, weil in dem Beispiel, was ich hier mitgebracht habe, ganz wichtig, achtet mal drauf. Es klingt nämlich auf den ersten Blick vielleicht doch gar nicht so gut. Also hier gab es ein paar Verschlucker und woran kann das liegen? Das ist so, wenn ihr mit Melodyne, wie gesagt, Editor oder Studio in polyfone Aufnahmen guckt, dann kann es sein, dass manche Obertöne für Noten gehalten werden oder umgekehrt. Das ist ja eine sehr spezielle Technik, muss man ja nun mal sagen. Die wir da haben, die gibt es ja auch nirgendwo sonst. Und wir haben in den entsprechenden Melodyne-Editionen, Editor und Studio, dann hier diesen Knopf, ich weiß nicht, ob man es sieht, so ein Werkzeugschlüssel, da geht es dann in einen Modus, wo ich die Darstellung optimieren kann. Und hier stelle ich jetzt fest bei dieser Gitarre, wenn ich die mal alleine anhöre, das ist jetzt das Original-Tempo, da hört ihr, dass da ein hoher Ton hier irgendwie nicht auf dem Schirm ist. Das heißt, da hat Melodyne wohl fälschlicherweise gedacht, das war gar keine Note, die gespielt wurde, sondern ein Oberton. Und das ist in der Folge dann blöd, weil ich dann nicht so etwas frei gestalten kann. Das muss man wissen, wenn ich also mit Samples arbeite, empfiehlt es sich hier in diesen Note-Assignment-Modus zu gehen, dieses Werkzeug hier, das Aktivierungswerkzeug auszuwählen und gegebenenfalls diesen Slider hier mal ein bisschen nach rechts zu drehen. Und dann seht ihr hier schon so Schatten und Silhouetten. Diese Silhouette hier zum Beispiel, da sagt Melodyne mir quasi mit diesem Bild, da habe ich was gefunden, aber ich glaube, das ist ein Oberton. Hören wir noch mal rein. Also ich höre, da wird tatsächlich Note gespielt, also überstimme ich Melodyne jetzt. Ich klicke das einfach hin. Und da gibt es hier links auch noch, das führe ich jetzt nicht im Detail aus, noch viele weitere Hilfestellungen. Also damit kann man das Signal sehr gut optimieren. Und das ist bei diesem Beispiel, jetzt dieses Samples hier, tatsächlich sozusagen mal die unglückliche Situation, dass ich da rein muss. Deshalb haben wir diesen Modus eingebaut, weil wenn ihr mit Samples arbeitet, je komplexer das Material ist, umso eher ist auch mal die Wahrscheinlichkeit, dass man da was optimieren will. Und das lohnt sich. Also ich habe, wenn ich nicht so viel gequatscht hätte, hätte ich jetzt hier mit in zehn Sekunden das Problem gefixt. Dann kann ich zurückgehen in den normalen Editiermodus. Jetzt ist die Note da und ich kann die eben frei verschieben, unabhängig von den anderen Noten. Und was ich jetzt machen will als nächstes, ich will aus dieser Gitarre ja den Song bauen, also verlängere ich die mal. Ich mache Kopien draus. Und ihr seht, dank ARA unten taucht es sofort aus. Wir können ja mal ein bisschen reinhören. So, und jetzt kann ich die Noten hier frei verändern. Habe ich jetzt vielleicht eine blöde Note getroffen, aber ich bin völlig frei. Ich kann sozusagen jeden einzelnen Finger woanders hin platzieren. Was ihr gesehen habt... Sau flüssig, wa? Das ist alles Realtime. Und es ist ja auch egal, wie viele Noten gespielt werden unter der Power. Wir können, also es ist im Prinzip wie ein Sampler bei so einem alten Computer hier, der ist fünf, sechs Jahre alt. Da habe ich ungefähr, sagen wir, wenn es ein Sampler wäre, würde man sagen, hätte ich da vielleicht zweieinhalbtausend Stimmen oder so. Von der Power her. Was auch eine Besonderheit ist von Melodyne. So, ihr habt gerade gesehen, ich habe eine Note verschoben und die verschiebt sich da zwei Takte vorher mit, weil das eben hier dupliziert ist, eine sogenannte Ghost-Kopie. Und das ist jetzt ja blöd für mich, weil ich möchte ja nicht nur alle zwei Takte dasselbe haben. Es soll ja Takt für Takt das andere spielen. Und das ist ganz wunderbar jetzt auch neu in Cubase 11, dass ich mit dem Rechtsklick die Funktion habe, in Real-Copies zu verwandeln. Oder wie heißt es auf Deutsch? In eigenständige Kopien. Ein Knopfdruck und schon, ihr seht es hier, werden die Noten frei verfügbar. Das heißt, ich kann mir jetzt den ganzen Songablauf quasi basteln und mir irgendwie eine schöne Akkordfolge machen. Da wäre ich jetzt normalerweise lange mit beschäftigt. Das hätte ich vorher auch schon mit Melodyne, ehrlich gesagt, machen können. Ich hätte das Sample ja einfach mehrmals kopieren, neues Audio-File machen, was dann, weiß ich nicht, 100 Takte lang ist. Ja. Aber dieser Workflow, der hätte schon ein paar Nachteile. Du hast eben gesehen, als ich da reingegangen bin, ich musste eine Note korrigieren. Die habe ich jetzt einmal korrigiert und die Korrektur, die gilt jetzt für den ganzen Song. Wenn ich vorher gezwungen gewesen wäre, erstmal alles 80 Mal zu duplizieren oder sowas, hätte ich 80 Mal diesen Schritt machen müssen. Das ist natürlich ärgerlich. Deshalb ist es so wertvoll, dass ich jetzt die Ghost-Copies habe. Und das dritte Highlight, was es hier dann noch gibt, ist die Akkordspur. Melodyne 5 hat eine Akkordspur, die siehst du hier unten, beziehungsweise hier kann ich sie einblenden. Ich gehe jetzt mal gerade zu einer Stelle, wo auch richtig was gespielt wird. Warte gucken, hier hinten. Achso, da habe ich es noch nicht hinkopiert. Warte mal, ich mache es nochmal gerade neu. Okay, so, kopiere mir das da einmal hin. Mach wie gesagt, ein Rechtsklick ist das eine Real Copy draus. Bin ich jetzt auf der falschen Spur gelandet, oder was? Alles gut. So, da sind wir wieder. Leider ein bisschen klein hier mein Schirm. Ich brauche jetzt ein bisschen Platz. Ich kann in Melodyne ja auch beliebig zoomen. Hören wir doch mal nur hier die Stelle kurz an. Ja, erstmal zweitversetzt. Ich muss den Musical-Mode anmachen. Also das habe ich jetzt in der falschen Reihenfolge gemacht. Melodyne aus. Musical-Mode an. Wo ist er denn? Ich glaube, wir sind auch taktmäßig ein bisschen verschoben, wenn ich das hier nicht erkenne. Ja, ne? Ja, du bist aber im halben Beat zu schnell. Genau. Warte mal. Ich bin nicht so fit in Cubase mit den Key-Commands. Äh, was ist denn hier los? Ja, aber hoch, 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 glaube ich. Warte mal. So, jetzt habe ich mich aber richtig verlaufen. Genau, jetzt musst du noch ein Stück zurückziehen. Ach, ich habe da oben, ich sehe gerade, ich habe ein ganz komisches Raster. Genau, Millisekunden statt Takt. Wie kriege ich denn da wieder Takte hin? Die würde ich jetzt brauchen, weißt du das? Du kannst jetzt oben da, wo Raster steht, einmal den Tab öffnen. Und dann brauche ich... Ne, 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 nochmal daneben. Wir haben ja den Cinchy als Cubase-Pro hier. Wie stellt man von Millisekunden auf Takt für das Raster? Oh, das sehe ich auf die Entfernung nicht. Raster? Bei den Millisekunden, oder? Ich habe jetzt in meinem Zeitlinial irgendwie Mist eingestellt. Da kommt er schon. Da kommt er. Vielen Dank, dass du mir da hilfst. Ja, mach mal. Da kann ich doch nicht so rechts drauf klicken. Eigentlich musst du mir Quantisierungen ausspucken. Ja, ne? Da war es. Danke dir, super. Ich sehe schon die Kommentare jetzt hier, was der Mel und dein Onkel da mit dem Cubase veranstaltet. So, also. Ich schiebe mir das jetzt mal irgendwie... Warte mal. Ich hole mir das nochmal her, kopiere mir das jetzt im Takt-Raster, dann gehe ich immer an die Stelle. So. Musical-Mode ist drauf, oder? Wo habe ich ihn? Ja. Melodyne ist drauf. So. Jetzt geht es mir erstmal darum zu sagen, ich suche mir eine gescheite Lage für dieses Sample. Das, was wir normalerweise mit dem Sample auch hätten machen können, einfach hoch und runter transponieren. Das geht mit Melodyne natürlich aus. Auch. Ich gucke einfach mal, während das Playback läuft, wo es schon mal gut klingt. Okay, machen wir mal so, viel besser kriege ich es nicht hin, mit keinem Sampler der Welt sozusagen. Jetzt verlängere ich mir das entsprechend, mache wie gesagt Rechtsklick und die Reel Copies. Und dann hätte ich jetzt die Freiheit, Takt für Takt zu verändern. Und jetzt kommt die Harmoniespur ins Spiel. Ihr seht, in Cubase oben stehen schon die Akkorde drin. In Melodyne ist es jetzt in Cubase 11 möglich, dass Melodyne die Cubase-Akkorde übernimmt. Das heißt, ich sehe also hier an der Stelle hier im Takt 42 habe ich einen D-Moll. Und mein Sample spielt das halt noch nicht. Jetzt selektiere ich einfach alle Noten und das ist auch einzigartig mit Melodyne. Ich gehe auf sogenannte Chord-Raster und wie gesagt, das sind jetzt die Cubase-Akkorde. Nach einem Doppelklick oder einem Alt-Doppelklick, je nachdem, ob ich die Stimmung behalten will oder ob ich gleich auch die kleinen Unsauberheiten im Tuning vielleicht verbessern will. Also mit ein bisschen Vorbereitung. Einen Klick anschließen und jetzt spielt diese Gitarre einfach mit. Und wie gesagt, das war ein Sample, was zwei Takt gespielte Alten-Akkorde. Ohne Melo-Switch. Ja, genau. Hier ist einfach gerade das Thema im Chat. Und zwar könnte ich auch eine Melodie summen und Melodyne gibt mir die MIDI-Spur dazu wieder raus. Ähm, ja. Ja. Das würde auch gehen, ne? Das geht. Das kommt jetzt auf die DAW an. Es geht immer mit Melodyne in jeder DAW über eine ganz einfache Funktion. Also auch aus dieser Gitarre, obwohl die Polyphon ist, geht das auch. Hier guckt, Settings, Save as MIDI. Und ich hätte natürlich auch rein summen können. Dann kriege ich ein MIDI-File, ziehe mir das in mein Arrangement. Bei vielen DAWs geht das auch per Drag-and-Drop über ARA-Technologie. Das geht beim neuen Pro Tools mit ARA. Das geht mit Cakewalk. Das geht mit Studio One. Bei Cubase geht das nicht über ARA. Das ist eine Funktion, die Cubase auch in 11 noch nicht quasi angedrahtet hat. Ist es aber ehrlich gesagt kein Beeindruck, weil das ist dann eben ein Einglick hier. Und so kann ich, ich zeige das gerne gleich im Pro Tools auch nochmal ganz kurz, wie der Drag-and-Drop-Workflow ist. Ja und mit dieser Gitarre hier, ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass ich natürlich sage, diese Gitarrenbegleitung an zwei, drei Stellen möchte ich die variieren oder sowas. Die Möglichkeiten habe ich ja. Ich kann ja jetzt hier eine einzelne Note nehmen. Und ihr hattet gesehen, ich habe hier das sogenannte Akkord-Raster angewählt. Und jetzt müsst ihr mal auf den Hintergrund gucken. Es gibt, ich sage mal, weiße und schwarze oder graue Tasten. Das entspricht aber jetzt nicht mehr der Pianotastatur. Also weiß ist quasi C-Dur und die schwarzen Tasten sind die schwarzen. Sondern hier gibt es jetzt wenig weiße Tasten. Die weißen Tasten sind, ändern sich auch von Takt zu Takt. Also wo ich es jetzt hier gerade hingeschoben habe, das ist jetzt zufälligerweise ein C. Das ist in dem C-Dur-Akkord natürlich drin, aber in dem Akkord davor, in dem G-Moll, ist es nicht drin. Also hier kann ich nicht aufs C schieben, sondern lande unweigerlich woanders und hier komme ich woanders hin. Und das ist total praktisch, wenn ich keine super Kenntnisse jetzt vom Harmonie-Lehrer habe oder sowas. Oder mir bei einer Gitarre irgendwie die Finger breche oder am Klavier auch nicht weiß, was das alles soll oder sowas. Melodyne sagt mir das einfach. Und das heißt, ich kann jetzt sehr intuitiv einfach mal sagen, ich verändere mal das Pattern irgendwie mehr oder weniger zufällig. Ich habe es jetzt im Moment so eingestellt, dass ich nur die weißen Tasten anspringen kann und schon habe ich eine schöne Variation. Na gut, das gefällt mir jetzt musikalisch nicht so gut, das würde ich vielleicht eher so machen. Also ich denke, ihr versteht das Prinzip. Ich kann mit dieser Hilfestellung dieses Notenhintergrunds in dem Sample sehr schnell alles Mögliche machen. Und auch das geht besonders gut in Cubase 11, weil ich eben diese Verzahnung von den beiden Akkordspuren habe. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, was da jetzt wirklich neu ist. Diese Real Copies, ganz wichtig, wenn ich mit kurzen Samples arbeite, sonst muss ich das kompliziert workarounden. Es funktioniert jetzt mit dem Musical Mode auch ganz wichtig, weil wann hast du schon mal ein Sample, was zufällig zu deinem Tempo passt. Und diese totale Freiheit mit Akkorden umzugehen ist auch super easy jetzt. Besonders hilfreich für Leute, die vielleicht jetzt nicht die Musiktheorie so ganz gefressen haben oder lange nachdenken wollen. Das ist auf jeden Fall ein mega spannendes Tool. Das ist echt Hammer. Das ist jetzt auch alles direkt in Cubase integriert, richtig. Und auch die Edit-Funktion, die verschiedenen Shortcuts, sind die denn auch Cubase entsprechend angepasst? Kann man machen. Also ich kann euch das kurz zeigen. Es gibt in den Key-Commands, oder wir nennen das Shortcuts, gibt es hier eine lange Liste. Ich kann mir hier alles Mögliche selber konfigurieren. Hier sehen wir uns zurück einmal die Zoom-Kommandos an. Da habe ich jetzt meine eigenen Kommandos hier mir gemacht. Aber ich kann hier über dieses Zahnrad dann auch sagen, nee, dann laden wir doch mal entweder die Pro Tools Sets oder eben die Cubase Sets. Und dann seht ihr ja schon, ein Knopfdruck. Und jetzt habe ich eben hier für Zoom habe ich jetzt die entsprechenden Kommandos, die ich von Cubase gewohnt bin. Es sei denn, ich habe sie mir in Cubase anders definiert, aber das kann ich hier ja auch immer machen. Das kann ich dann übrigens abspeichern, mein eigenes Set und auch einen USB-Stick mitnehmen. Also bedeutet, man kann ja Melodyne ja noch wirklich intuitiv, wenn man sich den Standard-Cubase-Workflow angeeignet hat, dann auch so direkt? Ja, es gibt natürlich viele Werkzeuge, die jetzt Melodyne hat, die Cubase gar nicht hat. Und da haben wir uns natürlich auch was überlegt, was da richtige Workflows für sind. Aber wenn du jetzt ganz neu bist mit Melodyne, dann musst du nicht, was die Shortcuts angeht, erstmal alles neu lernen. Ja. Und das haben wir für die wichtigsten DRWs, haben wir das gemacht. Weil der Chat schreibt heißer Scheiß. Ja. Genau, hier ist auch noch die Frage, kann ich die Noten aus Melodyne auf eine andere Spur kopieren und daraus zum Beispiel dann, ja doch, das ist die richtige Frage. Ja, selbstverständlich kann ich alles machen. Also es ist so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich kann ja mal ein kurzes Beispiel geben von den Vocals hier. Wo geht es denn hier in meine Bridge? Ich glaube, hier ist so eine Stelle, da macht sie so eine schöne Adlib. Das ist die Stelle hier, können wir ja mal gerade hinzoomen. So, ne, macht sie nur so einen Schlenker, nicht wirklich Text. Das ist ja ein schöner Part, den nehme ich jetzt einfach mal und kopiere mir den irgendwo anders hin, hier vielleicht. Mach dann auch wieder, weil ich mir jetzt ja irgendwie was Neues draus bauen will, mache ich das wieder als eigenständige Kopie. Gehe dann da vorne hin. Ich bin gerade zu weit gesprungen, da ist es jetzt. Da vorne brauche ich den ganzen Quatsch, brauche ich jetzt nicht. Mach ich einfach weg, dass mir also nur noch mein Melodieschlenkerchen bleibt. Na komm schon. Zu viel gelöscht, oder? Warte mal. Ne, falsch gesoomt, gescoldt. So, jetzt ist nur noch die Melodie übrig. Die kann ich jetzt auf eine andere Spur kopieren, mit einem ganz anderen Prozessing. Oder ich kann die jetzt total verwursten. Ich habe das, was ihr hier hört. Also das ist die Stelle weiter hinten am Anfang, das war so bei Takt 6 oder so. Da hört ihr, ich muss das mal gerade ein bisschen lauter machen, da hört ihr schon so ein Pattern, was ich da gemacht habe. Diese Wurkellein, die ich jetzt mal ein bisschen lauter mache. Dieses Hu Hu Hu. Das ist ihre Stimme. Ah. Das habe ich aus ihrer Stimme gebaut. Hier habe ich ein bisschen schlechter genommen. Mit ein bisschen Copy und Paste. Noten verlängert, geschnitten. In dem Fall, dass es jetzt so, sagen wir mal männlich klingt, das sind die Formanten. Das ist ja alles in Melodyne immer möglich, egal für welches Instrument. Das unterscheidet Melodyne dann auch, wenn es jetzt um Vocals geht, von, sagen wir mal, bei den meisten anderen Programmen. Also wenn es nur ums Tuning geht, dann sieht es ja sehr ähnlich aus wie VariAudio. Aber wenn du dann machst eben auch alles mit Timing, was mit Cubist intern dann zum Beispiel auch natürlich geht, aber in einem ganz anderen Programmbereich. Und hier ist es sozusagen alles eins, Formant, Bearbeitung, Obertonstruktur und so weiter und so fort. Also da kann man sehr kreativ werden, um von, also richtig zu puzzeln. Ich glaube, die Frage war noch zusätzlich ein bisschen so gemeint, ob man sozusagen, wenn man den Edit für eine Spur gemacht hat, wie zum Beispiel vom Refrain und hat man jetzt zweimal gedoppelt, dass man sozusagen die Editierung, die man da genutzt hat, wie das Timing, die Tonhöhen sind, ob man da einfach mit einem Klick sozusagen die Bearbeitung auch übertragen kann auf die zweiten Backings. Nein, das kannst du so nicht, aber ich zeig dir mal, was du machen kannst. Also es ist klar, wenn ich die Verswurkel bearbeitet habe und kopiere das irgendwo hin, dann kopiere ich natürlich die Bearbeitung mit. Das ist ja logisch. Aber die Frage ist ja, ich habe zwei Takes zum Beispiel, Dubwurkel und Leadwurkel und habe jetzt die Leadwurkel bearbeitet und kann ich das auch auf die Dubwurkel machen. Nein, das geht nicht. Das wäre auch ehrlich gesagt nicht sinnvoll, weil die, ich sage mal, die Unsauberheiten, die ich vielleicht in der Leadwurkel korrigiert habe, das sind ja andere Unsauberheiten als in dem anderen Take. Also ich komme nicht drum herum, jeden Take einzeln zu verstehen. Was anderes ist, wenn ich sage, ich habe hier in der Leadwurkel die Melodie verändert und zwar nachdem die ganzen Dubwurkels schon gesungen wurden. Das geht relativ einfach. Das zeige ich mal. Hier muss ich erst einen Melodyne drauf machen, hier auf die, auf alle Leadwurkels, alle fünf Takes. Das ist ein Comping Take. Das Comping ist auch super integriert. Das Melodyne Comping in Cubase, das reicht uns jetzt die Zeit nicht. Aber ich mache es jetzt mal auf die, also auf die fünf oder wie viele Takes ich hier im Comping habe. Ihr seht da oben kurz wird jetzt ein bisschen gerechnet. Jetzt guckt Melodyne zum ersten Mal quasi auf die Dateien und jetzt sind sie schon alle da. Und jetzt sehe ich hier links auch schon, habe ich meine Liste innerhalb von Melodyne. Das ist quasi die Cubase-Spurenliste, sogar mit der Cubase-Farbgestaltung. Das ist in meinem Song jetzt nicht so deutlich sichtbar, weil ich alle Cubase-Spuren dieselben Farben habe aktuell noch. So, gucken wir uns mal die Leadwurkel an. Bleiben wir mal an der Stelle, wo wir gerade sind. Ist ja auch egal. Dann sage ich, ich ändere mal die Gesangsmelodie so zum Beispiel. Ist ja jetzt mal egal. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das geht dann allerdings nur in Melodyne Studio, dass ich mir diese Liedstimme, die ich gerade gemacht habe, als graue Referenz anzeige. Und dann hole ich mir die erste Dubwurkel dazu und dann sehe ich sofort übereinander gelegt, wo die sich unterscheiden, dass ich also offensichtlich diese Veränderungen hier in der zweiten Doppelung auch machen will oder in der dritten Doppelung. Also ich lege die einfach, wenn ich will, übereinander, beziehungsweise sowas ist natürlich auch super praktisch, um Harmoniestimmen zu machen. Ich würde sie nämlich dann vielleicht gerade nicht übereinander legen, sondern auch hier wieder unter Zuhilfenahme dieses Hintergrund-Rasters mit Cort-Noten mir dann eine schöne Dreistimmigkeit mal eben bauen. Gibt ja auch sonst die Funktion von Auto-Align, wenn man Master-Track wählt, woran sich die anderen Spuren orientieren müssen. Sowas haben wir nicht. Warte, gab es das nicht mal früher? Nein, haben wir nicht. Was es gibt, wir können natürlich quantisieren und wir können auch, allerdings auch nur in Melodine Studio, wir können beim Quantisieren hier mit diesen Quantisierungsmakros, das ist hier das für Pitch zum Beispiel, und hier kann ich als Referenz eine andere Spur bestimmen. Genau das meine ich. Ja, aber das ist für Vocals nicht, da wirst du keinen Spaß mit haben, weil die Spuren teilweise zu unterschiedlich geschnitten sind, weil du bestimmte Schlenker in der Lead-Vocal beim Editieren als gewollt zwei unterschiedliche Töne verstanden hast. Das war so ein bisschen rumgeeiert und dann sagst du, die erste Hälfte war ein bisschen hoch, die zweite war ein bisschen tief. Das müsste genau umgekehrt sein, also zerschneidest du das und das musst du in der Lead-Vocal vielleicht nicht machen, weil da das Wort gerade gut gesungen war und schon passt das nicht mehr aufeinander. Aber das ist ja mega zu wissen, dass die Funktion gibt. Die Funktion gibt es, ich persönlich habe super Erfahrungen damit bei zum Beispiel Bass oder sowas, gerade wenn ich Live-Schlagzeug habe oder zum Beispiel ein Sample, ein Tram-Sample und spiele dann ein MIDI-Bass drüber. Das Sample ist halt nicht quantisiert, deshalb habe ich es ja benutzt, weil es so lebendig ist. Mein MIDI-Bass, den kann ich quantisieren, habe mit dem Sample nichts zu tun und teilweise nehme ich das dann einfach als Audio ins Melodyne, um dann genau den Bass auf die Kickdrum zu rücken oder so. Dafür ist es super, aber ausgerechnet bei Gesang ist es oft, rutschen die Noten dann in die falsche Richtung. Was nicht ganz dramatisch ist, weil du kannst ja jede Note auch anfassen, also wenn diese Note jetzt hier dahin gerutscht wäre, dann sehe ich das ja und dann kann ich sie ja auch dahin schieben oder sowas. Aber so eine volle Automatik ist es nicht. Okay, wir sind in den letzten zwei Minuten angekommen. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch nicht alle Fragen durchgehen können. Kann man trotzdem irgendwie dich noch erreichen oder im Nachhinein irgendwie noch Fragen stellen? Oder habt ihr vielleicht einen YouTube-Channel, wo es Tutorials gibt? Ja, also wir haben jede Menge Tutorials in unserem YouTube-Channel und auf unserer Webseite. Da haben wir speziell zu Melodyne 5 haben wir über, also das aktuelle Melodyne über zwei Stunden Material. Ja, zu Cubase 11 haben wir einen sehr schönen Film gemacht, der das, was ich hier heute mal kurz angerissen habe, zeigt, zum neuen Pro Tools auch und so weiter und so fort. Also das habt ihr und support-at-celemonie.com, das sind meine geschätzten Kollegen, die euch auch jede Frage beantworten können. Support-at-celemonie.com. Mega. Auf Deutsch oder Englisch, wie es für euch am einfachsten ist. Und da freuen wir uns um jedes Feedback. Cool. Ich sage schon mal vielen lieben Dank. Ich glaube, es ist soweit, dass wir jetzt rüber switchen. Gut. Und zwar schalten wir jetzt, glaube ich, direkt live nach Berlin zu Clemens Matznik und den Herrn Reinemar von den Jazz & Nova Recordings. Und genau, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, noch mal vielen lieben Dank. Cilemonie, Webseite, YouTube-Channel, gibt es alles. Du bist wahrscheinlich auch noch ein bisschen dabei, guckst dir das Ganze noch hier an. Gerne. Und ja, auf jeden Fall noch mal Danke an Cinchy, dass du noch mal geholfen hast. Und wir gehen jetzt direkt live nach Berlin.